Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer ganz kurzen Ankündigung. Ich möchte euch heute das wahrscheinlich vorerst letzter Apex Legends Abo-Zocken ankündigen. Diesen Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr soll es losgehen. Das als Hauptinformation und an alle, die mitzocken wollen, schaut dieses Video bitte bis zum Schluss. Es gibt ein paar Sachen einfach organisatorisch und auch Regeln, die es zu befolgen gilt, damit wir einen vernünftigen Ablauf hinkriegen, damit ich auch so viele Leute wie möglich mitnehmen kann. Ich möchte euch jetzt erstmal kurz erklären, warum es wahrscheinlich oder mit Sicherheit das letzte Abo-Zocken sein wird. Viele von euch waren vielleicht beim 500-Abonnenten-Spezial dabei. Das waren knappe 4 Stunden. In den 4 Stunden habe ich gerade mal 16 Leute mitbekommen. Das Problem bei Apex ist einfach, dass die Squad-Größe gerade mal auf 3 beschränkt ist. Und ich nehme nun mal schon einen Platz weg. Und deswegen zwei Leute immer nur mitzunehmen und dadurch, wenn man vielleicht gerade mal eine gute Runde hat, geht die locker 10, 15 Minuten, macht man einen Win vielleicht 18 bis 20 Minuten. Da zieht sich sowas natürlich ewig. Es wird wieder so sein wie beim letzten Mal, dass ich jedem die Chance gebe, was weiß ich, wenn wir starten und wir gehen sofort drauf. Dann machen wir natürlich noch eine Runde. Gehen wir dann nochmal drauf, gibt es maximal eine letzte Chance. Und wenn es dann nicht wird, dann ist es so, dann sind die Nächsten dran. Das ist einfach sonst ungünstig. Aber vom Ablauf allgemein, also ich nehme Casey als Mod mit. Sie wird für Ordnung sorgen. Sie macht eine vernünftige Reihenfolge. Auch da gibt es ein paar Regeln zu beachten. Hört euch die bitte genau an, weil sonst einfach zu kompliziert wird und ich keinen vernünftigen Ablauf garantieren kann. Für alle, die wirklich, also die es vielleicht mit mir nur zocken wollen als Abo zocken und aber nicht unbedingt Wert auf Apex Legends legen, möchte ich nochmal betonen, wer wirklich nur deswegen da ist, weil er mit mir zocken will, möchte ich nochmal betonen, Ende des Oktober, ich glaube 25. oder so, kommt das neue Call of Duty raus. Das werde ich extrem viel suchten. Da wird es erstmal weniger Apex geben. Nur weniger. Apex geht natürlich bei mir weiter, keine Frage. COD bietet einfach in den Lobbys mehr Platz. Da hast du locker 4 bis 5 Leute, vielleicht sogar 6 Leute, die man mitnehmen kann. Die Runden sind auf zeitliche Begrenzung. Ich glaube 10 Minuten geht, je nach Spielmodi, gehen die Runden oder Punkte Limits, wenn die erreicht sind, kann man innerhalb einer, was weiß ich, man kann vielleicht 2 Runden mit 5 Teammates spielen oder mit 5 Abonnenten, da sind die 20 Minuten dabei, danach kommen die nächsten, dann kann man 15 Leute in einer Stunde locker mitnehmen. Also das ist eine feine Sache, deswegen würde ich mir wünschen, dass der ein oder andere von euch vielleicht bei COD mit dabei ist, weil ich das eigentlich sehr, sehr gerne spiele und vor Apex eigentlich hauptsächlich nur COD gezockt habe. So, zum Ablauf. Was stelle ich mir vor? Wie gesagt, es ist einfach zu schwierig bei Apex da genug Leute mitzunehmen, deswegen wird es wahrscheinlich das Letzte, weil ihr seht selber, mein Kanal entwickelt sich gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt bei knapp 800 und wenn da gerade mal 5% mitzocken wollen, für die, die Zeit haben, sind das 40 Leute, da müsste ich fast 10 Stunden zocken, um genug mitzunehmen, weil das ist einfach too much. Versteht mich da bitte nicht falsch, wie gesagt, ich zocke gerne mal mit euch. Ich finde dieses Thema Abozocken mega, mega geil. Es ist einfach, man stößt dann zu vielen vor den Kopf, die mitzocken wollen und einfach nicht genug Zeit für mich da ist oder weiß der Geier. Naja, ich denke, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Jetzt mal ein paar Grundsachen, die ich erstmal festlegen will. Wie gesagt, Casey wird dabei sein, das ist ganz wichtig. Wenn sie nicht dabei wäre oder allgemein kein Mod, würde ich das Abozocken wahrscheinlich gar nicht machen. Es ist einfach, ich möchte mich ja aufs Spiel konzentrieren, mit euch zocken. Wenn ich aber nebenbei noch den Chat kontrollieren muss, damit ich eine vernünftige Reihenfolge hin kriege, macht Zocken für mich keinen Spaß. Das ist einfach zu stressig. Wie gesagt, die Regeln von Casey gelten. Sie wird eine vernünftige Reihenfolge zusammenstellen und ich wünsche mir eine Mail für denjenigen, der mitmachen will. Schickt bitte nur eine einzige Mail mit folgenden drei Inhalten. Ihr schickt in dieser einen Mail, Hallo, ich will dabei sein, ich habe Bock, schickt in dieser einen Mail euren PSN-Account-Namen komplett und als drittes die Information, ob ihr überhaupt schon in meiner Liste seid, damit ich euch schneller finde, damit ich weiß, ob ich nicht vorher im Menü noch eine Freundschaftsanfrage oder so annehmen muss. Einfach, um es schneller zu machen. Es wird jeder ignoriert, die erstmal nur schreibt, Hallo, Hallo, ich will mitmachen, nur damit er sich gemeldet hat und als erster vielleicht dran ist. Und dann kommt 20 Nachrichten später, weil vielleicht viele schreiben meinen Account-Namen und als nächste Mail irgendwann später, weil sich die Nachrichten vielleicht verlieren, dass ihr an meiner Liste seid. Die werden nicht beachtet, einfach weil es sonst für Casey unmöglich gemacht wird, eine vernünftige Reihenfolge hin zu zaubern. Also, der Erste, der da eine Nachricht mit allen Inhalten, so wie ich mir das wünsche oder Casey sich das wünscht, reinhaut, der ist der Erste, der auch mitmacht. Das bitte ich bitte einfach zu verfolgen. Sollte Casey, wie der Willen, mal irgendwie in der Reihenfolge durcheinander kommen, weil es einfach zu viel ist, dann ist es so, sie ist auch nur ein Mensch. Ich bin froh, dass sie dabei ist und die Reihenfolge regelt. Und sollte mal irgendwie jemand sich beschweren, ich bin dran oder ich habe keine Zeit mehr, nehmt es bitte so hin, die Regeln stellt dann Casey auf, weil ich kann mich nicht noch darum kümmern. Ansonsten wird es gar kein Abo-Zocken mehr geben, weil es einfach zu kompliziert ist. Auch noch eine ganz wichtige Sache vorab, für alle, die mitzocken wollen und noch nicht in meiner Liste drin sind, schickt bitte vor Sonntag schon die Freundschaftsanfragen an, damit ich vor Sonntag das alles schon annehmen kann, einfach damit es schneller geht. Und ihr wisst vielleicht selber, wenn ihr gerade im Spiel seid, dann wollt mal kurz ins Playstation-Menü wechseln. Die Ladezeiten sind manchmal ewig, das verzögert halt auch unnötig. So, jetzt noch ein paar Regeln zum Ablauf. Ganz wichtig war beim letzten Abo-Zocken schon so, da war hier und da mal einer dran, da war die Playstation entweder noch nicht an oder das Spiel war noch nicht geladen oder ihr wart einfach nicht auf online gestellt. Sowas verzögert unnötig. Wer da noch nicht mal in der Lage ist, die Playstation anzuhaben oder das Spiel zu laden, kommt gleich der Nächste dran. Er fliegt aus der Reihenfolge und ob wir es dann schaffen, denjenigen, der es nicht geschafft hat, da sich irgendwie an die Regeln zu halten, nochmal mitzunehmen, kann ich euch nicht versprechen. Als nächstes Wichtiges, der Sprachchat wird aktiv sein. Ihr hört mich, ich höre euch, alle können euch hören, wenn ihr laut genug redet. Wer seinen Wortschatz nicht im Griff hat und sich abfällig äußert, weil es vielleicht gerade nicht läuft, der fliegt sofort. Das meine ich ernst. Der kriegt auch keine neue Chance. Also sowas wie, ach komm, euer Fantasie ist freien Laufgesetz. Es gibt genug Wörter, die es im Stream nicht zu suchen haben. Auch ich habe mich da manchmal nicht im Griff, aber ist halt mein Stream. Wenn wir das mal rausholen, naja, dann muss ich es verantworten. Wichtig übrigens ist auch zu sagen, wenn ihr jetzt in der Reihenfolge gerade dran seid und stellt aber gerade fest, oh, ich kann erst in einer halben Stunde. Also wenn es Casey geregelt kriegt, da irgendwie von der Reihenfolge irgendwas rumzumodeln, euer Glück. Ansonsten ist es leider Pech. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass die Anfrage wieder sehr hoch sein wird. Also wenn ihr dann gerade dran seid und einfach nicht könnt, dann kann es sein, dass wir euch vielleicht nicht mehr mitnehmen können. Einfach weil wir dann das vielleicht vergessen oder sonst irgendwas. Also ich bitte auch davon abzusehen, vielleicht in einem Abozocken den Chat nicht so extrem vollzuballern, wie das sonst in meinen Streams der Fall ist. Ich finde das geil, wenn das so ist, aber einfach ums Casey so einfach wie möglich zu machen, knallt mal bitte diesmal nicht so extrem den Chat voll einfach, dass es hauptsächlich diesmal ums Abozocken geht, dass er nicht so untereinander die ganze Zeit textet. Also ihr könnt das machen, aber vielleicht nicht so viel wie sonst. Das wäre richtig, richtig geil. Sollte das übrigens gut laufen und wir kriegen einen guten Ablauf hin, dann könnte es vielleicht sein, dass es nicht das letzte Abozocken war. Ich gehe aber davon aus, dass es das letzte war, weil es einfach wirklich zu schwierig ist. Vom allgemeinen Ablauf, wie ich mir das vorstelle, wenn ich zwei Leute mitnehme, holen wir sofort einen Win. War das der einzige Versuch, den wir haben. Kommen wir in die Top 5 Platzierung, ist das auch nur der eine Versuch gewesen. Einfach damit ich so viele Leute wie möglich mitbekomme. Sollte es so sein, wir starten gerade, gehen sofort drauf, dann gibt es einen zweiten Versuch. Gehen wir da auch sofort drauf, gibt es einen letzten Versuch. Sollte der zweite Versuch vielleicht bis in die Top 10 kommen oder Top 8 oder so, dann war auch das der letzte Versuch, weil sonst bin ich mit zwei Leuten locker fast eine halbe Stunde unterwegs und es zieht sich dann einfach zu lang. Und andere Leute werden natürlich auch ungeduldig, ist logisch, deswegen verweise ich nochmal auf Call of Duty. Da ist es einfach, umso unkomplizierter genug Leute mitzunehmen. Also bitte ich auch da, das zu akzeptieren, wenn es einfach scheiße läuft, dann ist es so. Sollte es doch so sein, dass am Ende des Streams, was weiß ich, eine Stunde vor Ende, ich habe ungefähr vor, sechs, sieben Stunden zu streamen von 11 Uhr an, dass vielleicht die Anfrage doch geringer ist als gedacht. Können wir den einen oder anderen vielleicht doppelt mitnehmen. Sollte auch kein Problem sein. Ich denke, ich bin jetzt soweit mit allem durch. Ich werde natürlich diese Grundvoraussetzung mit dieser Mail, das werde ich am Sonntag, sobald ich den Stream starte, nochmal erzählen. Erzählen als Hauptsache. Wie gesagt, um derjenige, der als erstes dann vernünftige Mail schreiben kann, sorry, wenn das jetzt hier so ein bisschen klugscheißerisch oder wie so ein Lehrer klingt. Es geht einfach darum, dass ich von euch so viel wie möglich mitnehmen kann. Ich werde, wie gesagt, so ein paar Grundsachen am Start des Streams am Sonntag nochmal euch erzählen. Und wer dann in der Lage ist, am schnellsten da irgendwie sich da zu platzieren in der Reihenfolge, der ist als erstes dran. Und dann schauen wir mal, inwieweit Casey dann eine vernünftige Reihenfolge zusammen zaubert. Das war es jetzt aber von mir. Sorry, wenn ich das ein bisschen in die Länge ziehe. Ich will es euch halt so recht wie möglich machen. Das war es jetzt von mir. Den nächsten Stream gibt es voraussichtlich am Mittwoch oder am Donnerstag. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Dienstag und freue mich aufs Abo zocken am Sonntag. Macht's gut. Ciao.